Herzlich Willkommen beim Leuchtkraft TV. Heute ist der Thomas Becherer zu Gast von Conscious Love. Er ist der Gründer für eine Dating-Plattform für bewusste Menschen und er hat auch einen YouTube-Kanal, wo es auch um das Thema Conscious Love geht. Dort interviewt er Menschen zu Themen wie Persönlichkeits- und Beziehungsentwicklung, Bewusstsein, Gesundheit, Sexualität und auch Heilung. Schön, dass du da bist und bereit bist für das heutige Interview. Ja, liebe Nina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und mit dir zu sprechen. Dankeschön. Also ich habe was bei dir gelesen, nämlich den Spruch, weil du mehr verdienst, als der Mainstream zu bieten hat. Und der Spruch gefällt mir ganz gut. Da wäre meine Frage an dich, wann und warum hast du ein anderes Bild zum Mainstream bekommen? Wann hast du damit angefangen, den zu hinterfragen? Gute Frage. Also sehr intensiv die letzten drei Jahre, seit diese Show 2020 losging. Ich war vorher schon auch immer kritisch oder systemkritisch oder habe die Sachen hinterfragt, die in der Außenwelt passieren. Aber so was da wirklich passiert und wie manipulativ das alles abläuft, wie geskriptet das ist und wie sehr das so in diese Manipulation von unseren Geistern abzielt, das ist mir eigentlich erst die letzten Jahre bewusst geworden. Da habe ich halt auch gemerkt und viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, nee, da mache ich nicht mehr mit und ich glaube da erstmal gar nichts mehr, was irgendwo in den Medien, im Mainstream steht und die Richtung, die darüber in die Gesellschaft reingebracht wird. Und ja, seitdem und das Thema jetzt, du verdienst mehr als Mainstream, ich glaube, es nutze ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, weil ich halt merke, das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt bei Conscious Love. Also die Menschen verbinden, die keinen Bock mehr auf Mainstream haben und Alternativen suchen, um sich wirklich auf menschlicher Ebene wieder zu verbinden. Ja. Und da ist auch die Plattform direkt entstanden oder wann genau war da der Zeitpunkt? Der Zeitpunkt war Juli 2021, also vor gut zwei Jahren, wir haben jetzt im Juli das Jubiläum dann auch. Da hatte ich den Impuls, also ich hatte schon immer in der Zeit die Vision Conscious Love, also bewusste Menschen verbinden. Und ja, ich habe dann schon das Logo gehabt und den Slogan und so. Und dann ging es halt los mit dem ganzen Corona-Impf-Thema. Mhm. Ja. Und da habe ich halt gemerkt, okay, jetzt kommt das doch und da passiert jetzt diese Spaltung in der Gesellschaft, wo ein Teil der Gesellschaft einfach ausgeschlossen wird, der nicht mehr am Gesellschaft in die Leben teilnehmen darf, der diskriminiert und so weiter wird. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, das ist eigentlich die Gruppe, die jetzt nicht blind alles mitmachen, was der Mainstream sagt, sondern die sich eigene Gedanken machen und vielleicht bewusster aktuell schon sind. Und das war dann so die erste Gruppe, wo ich gesagt habe, hey, dafür, das wäre es doch zum Starten, oder? Dann eben, ja, Dating für bewusste, impffreie Menschen in dem Sinn. Und die Plattform hieß am Anfang auch impffrei Love, also Dating für Ungeimpfte sozusagen. Das war halt so die Eintrittstür zu dieser Zeit. Und ich hatte aber schon eben dahinter die Vision Conscious Love. Und ich habe das halt so aufgebaut, dass mir schon klar war, dass ich das irgendwann umbenennen werde, dass es halt eine Marke ist und dass es auch um ein viel größeres Thema geht, als jetzt irgendwie Dating für Ungeimpfte. Also ich denke, es wird immer ein Thema sein, weil die Menschen gerade für Partnerschaft vielleicht diese Präferenz haben. Aber ich habe mir dann lange überlegt, um was geht es denn wirklich? Also, weil wenn ich selbst auf dem Bewusstseinsweg bin, dann will ich vielleicht Partnerschaften, also dann will ich eine bewusste Frau kennenlernen, möchte aber auch eine Partnerschaft mit dieser Frau vielleicht anders leben, wie ich das vorher gemacht habe. Und deswegen finde ich es so spannend, um dieses Thema drumherum auch weitere Inhalte und Angebote aufzubauen, wie halt den Podcast, wo ich dann über Partnerschaftsthemen spreche. Oder eben dieses Thema gesamtheitlich beleuchten. Und so hat sich mehr und mehr halt Conscious Love aufgebaut als Marke und eben sind immer dabei, die Plattform auch weiter zur Entwicklung und über den Podcast halt spannende Leute auch als Interviewpartner reinzubringen und somit halt diese Inspiration auch zu geben. Und Zukunftsvisionen, welche hast du da? Weil soweit ich weiß, hast du da die eine oder andere Idee, die du auch umsetzen wirst oder vielleicht sogar schon dabei bist. Möchtest du da schon was erzählen oder ist das nur zu früh? Nö, ich erzähle das gern. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Idee du da hast, aber ich sage einfach mal, was Teil der Vision ist. Wenn das nicht dabei ist, dann frage mich gern nach. Ja. Also ich sehe Conscious Love so, dass es wie eine zentrale Anlaufstelle für bewusste Menschen wird. Das heißt, es gibt dann einerseits die Plattform für Vernetzung, Dating, auch Freundschaft, also wirklich, dass man dort andere Freunde auch finden kann oder für gemeinsame Aktivitäten Menschen finden kann. Und dann drumherum gibt es weitere Angebote für diese Menschen. Also das baue ich ja gerade schon auf, dass es so ein Partnernetzwerk gibt oder eine Conscious Love Academy, wo dann weitere Angebote drin sind. Genau, das habe ich gemeint. Genau, wie zum Beispiel ein Online-Kurs. Hey, was ist wichtig beim Online-Dating? Was ist wichtig bei der Verbindung zwischen den Menschen für die neue Zeit? Wie können wir gut miteinander umgehen? Wie können wir unsere Herzen öffnen? Wie können wir uns auf einer anderen Ebene begegnen? So Sachen. Aber auch wenn jemand ein tolles Programm hat oder Seminare macht, die in dieses Thema reinspielen, dass ich das dort verknüpfe. Das ist dann exklusiv zum Beispiel für Conscious Love von jemand aus den Interviews ein Angebot gibt, was ich dort halt reinbringe. Oder weil ich sage, hey, das passt genau für die Menschen, die auf der Plattform sind. Und die Menschen auf der Plattform profitieren dann davon, dass sie halt umfassende weitere Angebote kriegen für diese Themen, die sie eh schon interessieren. Ja, und so denke ich, hat diese Netzwerk-Gedanke halt wahnsinnig viel Potenzial. Genau. Das ist so die aktuelle Vision, wo es hingeht. Und wir sind im Hintergrund sehr aktiv, sehr viel dran, eben weitere Inhalte zu erarbeiten. Und ja, das wird noch sehr, sehr spannend. Ja, das ist eben der schöne Gedanke, den ihr da habt mit der Vernetzung, das auch weiter gedacht, dass ihr sozusagen bewusste Menschen in erster Linie zusammenbringt, die sich halt auch anziehen dann. Aber weiter schaut, also wie können sie ja die Menschen auch mit ihrem Wirken unterstützen. Das finde ich auch super, so einen Gedanken da mit reinfließen zu lassen. Das kannte ich sonst so bisher jetzt in der Form noch nicht, dass jetzt die Verknüpfung besteht auf so einer Plattform. Ja, das ist ein ganz wichtiges Element in der aktuellen Zeit, dass wir uns vernetzen, miteinander in Kontakt sind, bleiben, auch schauen, wo können wir uns gegenseitig ergänzen. Und deswegen möchte ich halt Constlove immer als Plattform auch für, also als Undock-Stelle bieten, oder? Wenn du jetzt ein geiles Angebot hast oder einen Online-Kurs oder irgendwas und sagst, hey, das ist eh für die Zielgruppe, für die Leute, die sich für Constlove interessieren. Ja, warum sollte ich das nicht verbinden und dort den Raum öffnen und weiteren Menschen die Möglichkeit geben, dort an dieses Feld anzudocken, oder? Und gemeinsam machen wir das dann größer und unterstützen uns gegenseitig. Und das wird ein ganz wichtiger Punkt sein in Zukunft, weil es eben im Mainstream darum geht, die Menschen voneinander zu entfernen. Und da müssen wir dagegenhalten oder Alternativen aufbauen, ja, um das zu leben, was uns im Herzen bewegt und was wir uns wünschen für die Zukunft. Woher kommt es bei dir, der Vernetzungsgedanke oder so, dieses Gefühl für das Miteinander? Hattest du das schon in der Kindheit? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also das ist extrem präsent seit drei Jahren. Das ist so, als würde das aktiviert worden sein bei mir. Spannend, ja. Und früher, also ich habe schon Phasen, da bin ich auch so Einzelgängermäßig unterwegs gewesen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der sozialeste Typ oder so, der dann sofort im Mittelpunkt irgendwo steht oder die Masse an sich reißt. Ich bin da eher erstmal so ein bisschen zurückhaltend und vielleicht schüchtern oder für mich und brauche dann eine Zeit, um auch warm zu werden. Aber ja, das ist irgendwie so präsent jetzt die letzten Jahre, dass es wie so automatisch für mich ist, sodass ich denke, okay, wie können wir uns connecten? Wie können wir da was aufbauen? Und ich sehe das halt als Unabdingbarheit, diese Zusammenarbeit. Wie siehst du eigentlich bewusstes Leben? Wie schaut das in deinem Herzen aus, wenn du da beschreiben magst, wie es sich anfühlen könnte, was du da siehst, was alles mit dazugehört? Vielleicht auch welche Lebensbereiche? Wie meinst du jetzt für ein bewusstes Leben? Genau, ja. Also ich denke, ein bewusstes Leben ist erstmal eine Einstellung zum Leben. Also diese, ja, was heißt bewusstes Leben? Also für mich heißt das halt ein bewusster Umgang mit dem Leben, also mit mir selbst, im Innen und mit der Außenwelt. Und das ist einerseits eine Einstellung, eben will ich halt bewusst durch den Alltag gehen und Sachen auch reflektieren, meinen Schritt zurücktreten, beobachten, hinter die Fassade schauen, auch bei mir selbst, aber auch im Außen, was passiert bei anderen Menschen. Oder laufe ich halt so durch und interessiert mich alles nicht und ich mache halt einfach alles mit, was mir vorgegeben wird, was andere von mir wollen, was in der Zeitung steht und so weiter, was die Gesellschaft erwartet. Und ja, oder so diese zwei Sachen und dieses bewusste Leben heißt eigentlich halt sein eigenes, also das zu reflektieren, auch zu verstehen, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Ja, wer bin ich und wofür bin ich auch da? Ja, also wirklich so zu schauen, was ist eigentlich meine Vision im Leben? Welche Ziele habe ich und wo kann ich auch, ja, was für andere Menschen tun oder unterstützen, dass Menschen, dass anderen Menschen auch gut geht oder besser geht? Und das halt dann in die Welt zu bringen. Also das ist eine umfassende Frage. Also ich glaube, viel hat damit zu tun, wirklich zu verstehen, wer bin ich und was will ich? Und das auch in die Welt zu bringen und für sich halt einzustehen. Also sagen, hey, okay, das ist mir wichtig, das sind meine Werte. Danach handele ich auch und wäre ich jetzt in einer Situation, wo ich was machen müsste, was gegen meine Werte geht. Dann sage ich halt, nein, danke, mit allen Konsequenzen, ja. Und ja, weil das ist, glaube ich, was uns stärkt und was eigentlich auch unsere Natur ist und dieses Ganze sich dann verbiegen und mitzulaufen oder nicht anzuecken und so, das dürfen wir echt hinter uns lassen. Ja. Ja, so geht es auch viel um den Mut, sozusagen zu dir selber zu stehen, uns zu erkennen, wer du selber überhaupt bist, mit welchen Zielen, welchen Wünschen und auch wahrscheinlich welche Lebensweise du hast und wie du das dann in den Alltag so integrieren kannst, dass es sowohl dir selber gut geht, als aber auch den anderen eben, für die du halt auch die Visionen ja lebst. Ja, absolut. Also Mut ist ein ganz großes Thema. Die Plattform aufzubauen hat viel Mut erfordert, ja. Ich mache mich damit auch angreifbar, sowas in die Welt zu bringen, ja. Also es war schon ein mutiger Schritt, mich dann da auch zu zeigen, Podcast zu machen, mich öffentlich zu zeigen. Es war ein riesen Schritt für mich, aber es hat sich halt richtig angefühlt und irgendwie, okay, das braucht es jetzt, oder? Das muss in die Welt raus. Oder auch sonst im Alltag halt bei sich zu bleiben, oder? Zu überlegen, was sind meine Werte, nach wie will ich, wer will ich sein? Nach welchen, ja, was sind meine eigenen Prinzipien, nach denen ich mein Leben verbringen will? Und da halt standhaft zu bleiben, oder? Und das ist auch, ja, das ist eigentlich, eigentlich sollte das für uns normal sein. Es ist halt so, dass uns das abtrainiert wurde und wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie da die Gesellschaft steht, oder? Und wie viele Leute kenne ich, die alles mitgemacht haben, aber davon eigentlich nichts mitmachen wollten, aber halt, ja, nicht bei sich geblieben sind. Stimmt, ja. Und das ist halt in vielen Aspekten des Lebens, oder? Und ja, ich glaube, es ist der, das ist unabdingbar, auch um in unsere Kraft zu kommen, ja, dass ich bei mir bleibe und für meinen Weg einstehe. Wie ist das bei dir gegangen, weil du gesagt hast, das war schon eine Herausforderung und eine Überwindung, das aufzubauen? Hattest du da auch manchmal Ängste? Oder wie bist du dann in die Umsetzung kommen? Hast du direkt losgelegt? Es waren Ängste da, du bist weitergegangen, oder hattest du am Anfang auch Zweifel, Unsicherheiten? Nein, Zweifel, Unsicherheiten hatte ich nicht. Das Ängste schon so, gerade in der Zeit, wo das frisch war, oder da gab es schon auch viel Gegenwind vom Mainstream, also da gab es Zeitungsartikel über die Plattform. In der Schweiz war das noch einigermaßen neutral, in Deutschland war das schon sehr angeschärft. Also es hat dann auch Spaß gemacht, das zu lesen, weil es einfach so komplett erfunden war. Aber ja, dann weißt du auch, wo halt das hingeht, ja, und klar hatte ich dann auch Sorgen, so, ja, was weiß ich, kommen da jetzt Morddrohungen in den Briefkasten oder was auch immer, ja. Also solche Gedanken hast du dann schon, aber ja, da ist gar nichts passiert und das Schlimmste waren dann irgendwelche bösen E-Mails oder so oder halt die Reporter, die das halt falsch darstellen wollten und so. Ja, und beim Aufbau der Plattform, also das war wirklich so ein krasser, kreativer Schaffungsprozess. Ich hatte die Idee, ich habe gesagt, hey, okay, das muss jetzt raus. Das war irgendwie Anfang Mai und ich habe gesagt, okay, im Juni muss das irgendwie raus, muss das fertig sein. Und dann saß ich halt, dann saß ich wirklich, ja, so sechs Wochen, Tag und Nacht halt da und habe das, soweit ich das selbst konnte, halt aufgebaut, habe mir Sachen dabei beigebracht, um das umzusetzen. Und dann gab es das halt und dann bist du halt immer dran, das zu verbessern, zu erweitern und so weiter. Aber das waren, da gab es wenig Zweifel. Da dachte ich mir so, ich mache das jetzt, dann schauen wir halt. Und da gab es dann Phasen, wo ich ultra erschöpft war, wo ich dann, okay, ich brauche jetzt eine Pause, dann bin ich halt raus, gehe spazieren. Aber das war, das war wie so dieser Drang in mir. Ja, selbst wenn ich dann zwei Stunden mal weg war oder dachte so, ich schmeiße jetzt den Laptop in die Ecke, ich habe da keinen Bock mehr vor dem Ding zu sitzen. Dann mache ich zwei Stunden was anderes und dann ist wieder so, oh, ich muss jetzt weitermachen, ich muss weitermachen, das muss jetzt in die Welt raus. Ja, dieser, dieser Drang in mir. Ja. Und das kannst du nicht, das, das, das kann ich nicht ablehnen, weil das so stark ist. Und das habe ich jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre auch immer weiter gehabt und eben manchmal sprudeln so Ideen raus und habe ich so viele Ideen und das kann ich dann gar nicht mehr umsetzen im Moment, ja. Ist dann so, das muss ich halt irgendwie festhalten oder auch sagen, okay, das mache ich halt nicht. Aber ja, das ist wie so ein kreativer Knopf, der so aufgegangen ist und dann muss das halt raus. Ja. Ist es so wie ein Brennen, das du fühlst auch als Brennen im Herzen oder inneres Feuer? Ja, ja, kann man so sagen. Das heißt, in dem Moment traust du dir zu mit allem, was dir an Gegenwind oder Herausforderungen begegnen, damit auch klarzukommen, oder wahrscheinlich, wenn du in der Energie bist. Ja, absolut. Also, ja, das ist, also gibt es nicht diese Zweifel, so, oh, mache ich das jetzt, oh, was ist, wenn das nicht, 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 nicht erfolgreich wird oder so. Klar gibt es, gibt es Herausforderungen und klar jetzt auch, ich meine, Plattform kostet viel Geld, das zu betreiben. Ich habe ein paar Leute, die muss ich bezahlen. Ja, deswegen muss irgendwo mit der Plattform ist dann auch eine Bezahlschranke. Dann natürlich ist die Frage, was wäre jetzt, wenn nächsten Monat überhaupt keiner mehr auf der Plattform ist. Ja, so, es geht dann ja so in die Richtung Existenzängste, obwohl das total unbegründet ist, weil ich wäre jetzt auch ohne der Plattform okay, ich kann weiter überleben. Aber da werden halt auch wieder dann Themen reingespiegelt durch diesen Weg. Und ich habe für mich gemerkt, halt dieser, dieser Weg, Conscious Love aufzubauen, Conscious Love größer zu machen, mich zu zeigen, das ist auch ein Wachstumsweg, ja, weil das ist eine neue Erfahrung für mich. Ich war früher immer angestellt, ich habe viel Business gemacht, aber alles als Angestellter. Das heißt, mein Alltag, also mein, ja, mein Alltag war recht gut strukturiert und vorgegeben. Wenn ich für mich allein bin, habe ich niemanden, der mir sagt, was ich machen soll, das muss ich selbst machen. Das ist eine komplett andere Erfahrung, Herausforderung. Und das ist für mich echt eine Herausforderung, gleichzeitig halt ein Wachstumspfad, weil du sagst, okay, das ist eigentlich, das ist halt diese gnadenlose Selbstverantwortung. Ja. Und wir sprechen auch immer davon, ja, wir müssen Selbstverantwortung voll für sich einstehen, neue Welt kreieren, das auch jeder ist in seiner Selbstverantwortung. Aber Leute, wenn ihr zuhört und angestellt seid, lebt das mal, ja, weil, also für mich ist das eine super Herausforderung. Ich habe halt auch verstanden eben mit dem, alles hinter der Plattform drumherum, das ist eben ein Wachstumspfad, wo mir halt nochmal weitere Themen gespiegelt werden, wo ich dran wachsen darf. Und natürlich gibt es dann oft die Momente, wo du, wo ich mir denke, ja, wie, wie lang soll das jetzt noch so weitergehen? Oder Momente, wo du echt keine Lust mehr hast? Oder Momente, wo du mit deinem Laptop irgendwie Krieg anfängst, ja, wo du dieses Ding nicht mehr sehen kannst? Aber es ist, es ist dann so, dass trotzdem dieses, okay, ich schmeiße es jetzt hin, dieses Aufhören, das ist irgendwie keine Option. Dieses Aufgeben ist keine Option, ja. Weil das wäre halt auch die Flucht davon, ja. Ich kann sagen, okay, ich mache das Ding jetzt zu, weil, keine Ahnung, weil ich halt zehn Stunden am Tag damit arbeite über längeren Zeitraum und ist mir jetzt zu anstrengend. Ja, dann, klar, kann ich zumachen und weglaufen. Oder ich arbeite halt an mir und schaue, wo ist der Wachstumsprozess dahinter. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich den meisten Selbstständigen so. Viele sprechen vielleicht gar nicht drüber oder müssen eine Therapie machen, ich weiß es nicht. Das ist eine ganz krasse Herausforderung. Aber ja, dafür bin ich recht selbstbestimmt halt unterwegs. Ja. Und wenn du es hinschmeißen würdest, dann wäre halt, auch die Frage, wie würdest du dich dann fühlen? Dann hättest du ja vielleicht eine große Unruhe, weil du eben deinen Visionen nicht nachgehst. Das wäre dann wie eine Verweigerung dem Universum gegenüber, weil das Universum bringt die Vision und die Kreativität zu mir, dass es wie so das Video oben reingeschüttet. Und klar kann ich dann irgendwann mal sagen, hey, jetzt mal langsam, aber es ist trotzdem da und dann würde ich eigentlich diesen Fluss verweigern. Und das wäre dann schon ziemlich komisch. Also es würde irgendwie die Energie auch abschneiden. Sicher auch anstrengend wäre das. Ja. Anstrengender ist einfach loszugehen und eben mit den Herausforderungen, die am Weg begegnen, umzugehen. Genau. Der Alltag bei dir, der interessiert mich jetzt noch, wie du das machst. Für die, dass du den in Balance bringst mit der Kreativität. Aber du hast da sicher auch eine bestimmte Struktur, die du da lebst oder mit einbringst. Wie gehst du da damit um? Das ist eine gute Frage, weil das ist gerade noch so mein Wachstumsweg, mehr Struktur in meinen Alltag reinzubringen. Und das ist wie so ein innerer Kampf zwischen diesem Freiheitsmenschen, der in mir wohnt. Dieser Anteil sagt, hey, keine Ahnung, du bist doch extra zum Arbeiten aufgehört, damit du nichts mehr machen musst, damit du frei bist, damit du einfach in den Tag reinleben kannst und nur noch das machst, was Schönes. Das ist der eine Anteil. Der andere Anteil ist, nee, ich will ja was in die Welt bringen, ich will meine Visionen umsetzen. Dazu gehört auch, ja, diese Arbeit machen, das umsetzen und was halt, was kreieren, was schaffen. Und das führt dann dazu, dass ich jetzt nicht für jeden Tag einen komplett durchgetakteten Plan habe. Sondern ich weiß schon, also ich mache mir schon einen Wochenplan und so, okay, das sind die Termine, das sind die Sachen, die ich erreichen will. Das ist ungefähr, so mein Zeitplan für die nächste Zeit, auch gerade mit dem Podcast und so. Das musst du ja, kennst du ja selbst, musst du vorplanen, auch neben nach bearbeiten. Das ist so viel mehr Arbeit, wie einfach nur dieses Video online stellen. Und natürlich plane ich das, aber trotzdem könnte es noch mehr Struktur sein, sage ich mal. Und mein Alltag sieht meistens so aus, also ich bin kein Morgenmensch, ich bin immer so nachtaktiv, das ist einfach mein Biorhythmus, das ist immer so gewesen. Und ich schlafe dann gern aus, dass ich halt wach bin. Und das ist dann meistens, dass ich zwischen neun und zehn Uhr morgens erst aufstehe. Ja. Weil alles vor acht ist für mich mitten in der Nacht. Und aber seit ich das halt so leben kann, weil ich nicht mehr angestellt bin, weil ich mich nicht nach Geschäftszeiten richten muss, fühle ich mich eigentlich viel gesünder und viel mehr in meinem eigenen Rhythmus. Und das ist essentiell, glaube ich, auch für meine Gesundheit. Und ja, dann habe ich so ein bisschen Morgenroutine, ich trinke gern Kaffee, ich lese ein bisschen was, plane so meinen Tag, schaue, was gibt es Neues. Und fange dann meist so ab Mittag, ja, gehe ich zum Laptop und fange zum Arbeiten an, nur die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, zu erledigen. Oder wenn ich Termine, Aufnahmen habe, dann mache ich das. Und ich habe dann von meinem Rhythmus dann so, abends mache ich dann gern Pause und je nach Wetter oder so, mache ich dann gern mal noch so eine Abendschicht. Also dass ich dann wirklich von 21, 22 Uhr bis Mitternacht, 1 Uhr, manchmal 2 Uhr nachts noch am Computer sitze und dort weiter arbeite. Und das ist für mich so eine Phase, wo ich ultra kreativ bin. Das ist so dieses Gefühl und vielleicht kennen einige von euch das auch, so dieses Gefühl, wenn die Welt zur Ruhe kommt abends, dann werde ich aktiv. Ja. Dann ist es ruhig außen, dann kann ich irgendwie so, dann werde ich nicht mehr abgelenkt, dann bin ich so ganz bei mir und dann ist es so, puh, dann fließt die Energie und dann bin ich kreativ und so voll im Flow. Und die krassesten Erlebnisse hatte ich beim Aufbau der Plattform, da habe ich dann teilweise die ganze Nacht durchgearbeitet und habe ich irgendwie so aus dem Fenster geschaut, so, oh, ich glaube, es wird hell. Ach, ist schon 5 Uhr, okay, dann schlafe ich halt mal und stehe mittags wieder auf. Aber in der Zeit von Mitternacht bis 5 Uhr, da war ich so in den Computer eingeloggt, da habe ich gar nicht mehr nachgedacht, da habe ich einfach, keine Ahnung, die Webseiten gebaut und so. Das war total der krasse Flow. Zeit vergessen. Ja, und in diesen 5 Stunden habe ich dann teilweise mehr geschafft wie 2 Tage unter Tags, weil ich da halt so krass in diesem Flow reinkomme. Das, glaube ich, ist auch was, wo jeder für sich halt schauen muss, wo bist du am effizientesten, wo ist deine Tageszeit, wo du ja diese Sachen am besten machen kannst, ja. Und dann halt auch zu sich stehen und sagen, okay, ich bin kein Morgenmensch. Wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich um 7 ins Büro muss, dann scheiß drauf, ich suche mal einen anderen Job, weil das mich ruiniert, ja. Und ja, es ist nicht so einfach und wir sind abhängig vom System, wenn wir wegen Geld verdienen, dann arbeiten gehen müssen und so weiter. Aber da müssen wir echt schauen, dass wir da den Weg, den eigenen Weg halt wieder finden, ja. Ja, ich sehe auch so. Und was du beschrieben hast von der Nacht, ich kenne das total gut. Die Energie, die mag ich sehr gern, wenn dann alle schlafen, das fühle ich einfach, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und ich gehe da auch viel so, ja, Pläne von mir durch, auch kreative Einfälle zum Beispiel, kann da Sachen aufschreiben. Ist mir auch schon passiert, dass ich im ganzen Interview-Leitfaden bin, aufgewacht in der Nacht und dann habe ich angefangen zu schreiben, schreiben, schreiben und hatte irgendwie den ganzen Titel, alle Fragen, alle Zusammenhänge. Das war öfters so der Fall, weil da, ja, da komme ich auch ganz gut in den Flow. Ich kenne das tagsüber auch, aber kommt drauf an, zu welchen Zeiten. Da habe ich auch so einen unterschiedlichen Rhythmus. Cool. Ja, schön, dass du das auch nachvollziehen kannst. Ja, sie finden es gut, dass du auch da dazu inspirierst, dass die Menschen selber schauen, was ihnen wirklich entspricht und wie sie das dann leben können. Bei dir war es vielleicht auch ein Umstellungsprozess oder das war jetzt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, dass du dann deinen Rhythmus gehabt hast und so gelebt hast oder war das schon, war das direkt so? Nee, es ist immer ein Prozess. Also eben in der Angestelltenphase konnte ich das ja nicht so leben. Ja. Also selbst dann in der Schweiz fangen die gerne noch früher an, da war dann so acht, spätestens halb neun solltest du schon im Büro sein, ab neun Uhr Meetings oder mal irgendwie montags um halb acht noch so ein Team-Call, bevor dann alle zu den Kunden gehen. Da hatte ich mir so, ey, ihr seid doch echt verrückt. Ja, aber alle, für die meisten ist das okay. Die haben dann Familie, die haben Kinder. Die Kinder müssen auch um sechs aufstehen, um dann irgendwie in die Schule oder in den Kindergarten zu gehen. Das ist ja, also das ganze System ist halt für die Frühaufsteher optimiert, ja. Und das ist ja irgendwie okay, in der Früh geht die Sonne auf und dann werden, sollten wir biologisch wach werden und so, aber es passt halt nicht für jeden und echt scheiß drauf und find deinen eigenen Weg, ja. Und wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, ja, keine Ahnung, vor zehn Uhr arbeite ich nicht, aber wir können uns gerne ein Meeting machen, 20 Uhr abends, 99 Prozent der Menschen, Menschen, die sagen, hey, spinnst du, geht nicht. Ich so, ja, aber du willst, dass ich um sieben in der Früh irgendwas mache, was für mich halt nicht geht. Das ist dann okay, weil das alle machen, ja, super, ja. So, also, klar ist, dass da ein Prozess dann irgendwie vielleicht auch Arrangements finden mit dem Arbeitgeber, dass du sagst, okay, ey, das ist einfach zu früh, ich mache die ersten zwei Stunden von daheim, dann muss ich nicht ganz so früh aufstehen und komme dann ins Büro oder irgendwas, dass du ein bisschen mehr so in deinen Rhythmus kommst, ja, und da einfach deinen Weg finden, genau. Also, es ist immer ein Prozess eigentlich und je nachdem, wie das Umfeld das halt hergibt, dass du so deinen Rhythmus leben kannst. Ja. Gibt es einen Tipp, der dir jetzt in den Sinn kommt für Menschen, die mit irgendwas loslegen möchten? Also, wenn du mit irgendwas loslegen möchtest, dann setz dich hin und leg los. Ja. Gibt es keinen Tipp außer loslegen. Wenn du nicht anfängst, dann fängst du nicht, also, ja, der Tipp ist einfach loszulegen und wenn du nicht weißt, wie du loslegen willst, dann schreib dir einen Plan oder schreib irgendwas auf oder mach den ersten Schritt. Ansonsten fängst du nie an. Mhm. Ja. Ja, war schon ein wichtiger Tipp. Und wegen der Plattform nur. Es kennen ja nicht alle nur die Plattformen. Wie ist denn das da mit der Anmeldung und was gibt es da für Kriterien, die man vielleicht ausfüllen kann? Muss man da was angeben? Kann man auch ganz wenig von sich angeben? Wie läuft das ab? Genau. Also, du kannst dich immer kostenfrei an der Plattform anmelden. Dann musst du als erstes dein Profil einrichten. Da gibt es ein paar Pflichtangaben, wie zum Beispiel, dass du einen Benutzernamen auswählen musst oder das ist ganz normal, dass du dein Geschlecht auswählst. Da gibt es bei uns männlich, Mann und Frau. Ganz klassisch. Also wir unterstützen mehr auch nicht. Also wir richten uns danach dem biologischen Geschlecht und da gibt es unsere Ansicht oder meine Ansicht oder der Ansicht von Conscious Love nach zwei Geschlechter. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich die Tür aufmache, aber ist egal. Dann, was du suchst. Also suchst du auch einen Mann oder eine Frau oder beides, weil du dich einfach austauschend bist. Alter, Standort. So, das sind ein paar wenige Datenpunkte, die notwendig sind, damit technisch die Plattform überhaupt funktioniert, damit du in der Suche auftauchst, damit Leute dich finden können. Sonst bringt das nichts oder wenn die Leute gar nichts angeben müssen. Und dann gibt es ganz, ganz viele weitere Profilfelder. Eben das Persönliche über dich. Welche Werte hast du? Hast du eine Vision im Leben? Was ist dir wichtig bei Partnerschaft? Was bedeutet Familie für dich? Brauchst du, trinkst du? Hast du Kinder? Möchtest du Kinder? Ja, wie sieht es mit der Impfung aus? Und eben wird ganz viel abgefragt. Das ist das meiste aber optional. Und je mehr du das ausfüllst, umso besser können Leute mit dir connecten oder weil du halt schon mehr Preis gibst, weil du dich nahbarer zeigst, weil Leute einfach mehr Informationen sehen, was dann spannend sein kann. Aber eben das ist das meiste freiwillig. Und mehr ist dann nicht erforderlich. Genau, dann kannst du die Plattform soweit nutzen. Und wenn du, also ein paar Funktionalitäten sind dann ein bisschen begrenzt. Und wenn du halt alles nutzen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Premium-Profil. Da bist du dann komplett frei und kannst dich austoben. Genau. Und damit unterstützt du halt auch das Projekt oder sonst kann ich die Kosten nicht bezahlen. Und wenn ich die Kosten nicht bezahlen kann, dann gibt es das Projekt nicht. So ganz einfach. Der Bäcker verlangt auch was für seine Brötchen, sonst kann er seine Bäckerei nicht betreiben. Also würde es von vornherein Sinn machen, euch zu unterstützen und einfach das Premium zu wählen, wenn man es halt kann, wenn man die Möglichkeit hat? Ja, klar. Also wir machen auch immer wieder Angebote. Das ist alles nicht so wild und so, oder? Ich meine, das hilft uns halt. Jeder Beitrag hilft uns, das halt langfristig zu betreiben. Weiter in die Weiterentwicklung zu investieren oder weitere Angebote aufzubauen. Und ja, ich meine, das ist eine alternative Plattform. Das ist ein Riesenwert, den wir hier erschaffen für die bewussten Menschen, für Menschen, die in großteil einer Gesellschaft ausgeschlossen wurden oder wo du gar nicht mehr mit den meisten Menschen irgendwie connecten kannst oder weil die halt auf einem anderen Pfad sind. Das geht halt nicht kostenfrei in dem Sinn, oder? Also solange wir das Geldsystem haben, ist das halt so. Ich kann das nicht, ich kann das allein nicht komplett ändern. Und wenn das mal anders ist, dann wird die Plattform auch anders sein, ja. Aber genau. Und wenn jetzt jemand die Plattform vielleicht nicht selber nutzen möchte, aber euer Projekt gut findet und euch was spenden möchte, gibt es da eine Möglichkeit? Ja, natürlich. Gerne, ja. Also dann setze ich da die Daten einfach unter das Video. Ja, oder der kann uns ein E-Mail schreiben, dann kann ich die Kontodaten schicken, so. Also sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr einfach den Menschen von der Plattform erzählt, dass es mehr Menschen kennen und sich anmelden. Ja, gerne, genau. Ja, super. Habt ihr da vielleicht so ein kleines eigentlich Einführungsvideo oder sowas über das Projekt, was die Menschen gut teilen können? Ja, es gibt einen Trailer auf der Website, also auf der Landingpage. Das ist jetzt nicht mehr so ganz neu und wir sind jetzt dabei, da ein neues Video zu machen. Wir sind auch dabei, mir Anleitungen zu machen für die Plattform, so Einführungsvideos und so weiter, um einfach die Leute besser dort abzuholen. Ja, wenn das fertig ist, dann werden wir da informieren auf der Plattform und über Newsletter. Das heißt, wenn du da Interesse hast, kannst du dich auch einfach kostenfrei auf der Plattform anmelden. Dann bist du Teil des Newsletters, dann kriegst du das auch alles mit. Ja, super. Danke dir für das Gespräch. Wenn es noch irgendwas zu ergänzen gibt, wo du das Gefühl hast, das würdest du jetzt doch noch gern preisgeben oder mit auf den Weg geben und dir, was im Herzen brennt, kannst du es sehr, sehr gern noch sagen. Also ich würde euch schon gern mit auf den Weg geben. Ja, geh deinen eigenen Weg. Überleg dir, wie du dein Leben leben willst und ja, geh dafür. Und auch hört auf, bedürftig zu sein, sondern beschäftige dich mit dir selbst, dass du in deine eigene Stärke kommst. Und gerade auch, wenn es um Partnerschaften geht, das ist immer für eine bewusste Partnerschaft, ist immer der erste Schritt bewusst mit sich selbst umzugehen, die Beziehung zu sich selbst ins Reine zu bringen, damit du wirklich in eine herzerfüllte Partnerschaft eingehen kannst. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Stimmt, ja. Um auf den Weg zu gehen, wer sich für das Partnerschaftsthema interessiert. Genau. Und mehr dazu erfährst du in meinem Podcast auch. Und genau. Okay, also unter dem Video ist auf jeden Fall alles verlinkt, was ich von dir teilen soll. Und auch da können sich die Menschen auf jeden Fall in Verbindung setzen und mal überall reinschauen, reinhören und vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar bei dir hinterlassen. Aber danke für dein Dabeisein und liebe Zuschauer, bis bald. Vielen Dank, Nina, dass ich dabei sein durfte. Alles Liebe dir und euch Zuschauern auch.